Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts Der Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch Themen außerhalb der klassischen Medizin. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für ihre Praxis und für ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Mein heutiger Gast ist Timo Frank. Timo Frank ist ein junger Mann aus Berlin, der zur neuen Generation der Personen aus der Gesundheitswirtschaft gehört, der vernetzen will, der zusammenführen will, der sektorenübergreifend arbeiten will. Er hat Gesundheitsökonomie studiert und arbeitet jetzt in einem Berliner Start-up für das Thema Gesundheitswirtschaft der Firma Vivi und zwar beschäftigen die sich mit dem Thema elektronische Gesundheitsakte beziehungsweise Patientenakte und darüber hinaus hat er mit mehreren anderen Kollegen und Freunden und Gleichgesinnten eine Initiative Hashtag Gesundheit gegründet und Hashtag Gesundheit ist damals aus der Initiative, Studenteninitiative mit 15 Personen jetzt zu einem Verein geworden mit über 100 Mitgliedern und das Erstaunliche ist einfach, dass diese Institution es schafft, Menschen mitzunehmen, mit ins Boot zu nehmen und zum Thema Gesundheit, zum Thema Gesundheitswirtschaft, zum Thema Veränderungen in der Gesundheitswirtschaft gemeinsam ehrenamtlich zu arbeiten, weil allen an der Sache gelegen ist und ich habe in dem Interview auch immer wieder gesagt, dass ihr erzeugt eine Sogwirkung und das ist tatsächlich so. Die Menschen möchten zum Thema Gesundheit sich entwickeln, möchten aber auch andere befähigen, sich zu entwickeln und darum geht es. Also ein Zusammenschluss von Medizinern, von Heilberufen, von Gesundheitsökonomen, von Menschen, die einfach das Thema Gesundheit für sich als Lebensaufgabe gefunden haben. Und ja, kurz wieder von Timo Frank. Timo Frank ist Masterstudent der Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth und heute für die WWI GmbH in Berlin tätig. Zuvor hat er sein Bachelorstudium an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden abgeschlossen und Health Policy und Management an der Universität of North Carolina studiert. Seine praktischen Erfahrungen hat er im Bereich bei KPMG, also bei der KPMG AG, der Charité, der RWI und der Oberränder AG gesammelt. Als Gründer und oder als Mitbegründer der Hashtag Gesundheit setzt er sich für die junge Generation im Gesundheitswesen ein. Seine Aufgabe dort ist da im Augenblick Vorstandsvorsitzender und er geht da wirklich als Vorreiter voran. Ein super spannendes Interview, weil wir auch Randbereiche der Medizin mit einbeziehen, weil es in oder auch der Generation einfach unglaublich wichtig ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Also freut euch drauf, es ist ein super Interview geworden mit Timo Frank und jetzt alles Gute und viel Spaß mit dem neuen Business Talk Podcast. Ja, herzlich willkommen nochmal zum Business Talk Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich den Timo Frank von Hashtag Gesundheit begrüßen darf hier im Business Talk Podcast. Also erstmal liebe Grüße nach Berlin. Berlin ist richtig? Berlin ist richtig. Ja, super. Noch? Ja, noch. Sprechen wir gleich vielleicht noch drüber. Also, bevor wir in die große Frage-Antwort-Runde einsteigen, die Einschicksfrage wie immer, was macht Timo Frank beruflich und privat mit eigenen Worten? Womit soll ich anfangen, privat oder beruflich? Das kannst du dir aussuchen. Ich fange mal mit dem Privaten an. Also ich habe privat vor ungefähr fünf Jahren angefangen, Gesundheitsökonomie zu studieren. Das gibt es nicht so oft in Deutschland. Kann man zum Beispiel in Bayreuth studieren. Ich habe mein Bachelorstudium in Wiesbaden begonnen, an der Hochschule Rhein-Main. Ich habe es abgeschlossen und dann nach Bayreuth gewechselt. Eine der renommiertesten Universitäten, wenn es um das Fach geht. Bekannt durch Professor Oberänder. Und habe während des Studiums sowohl in Wiesbaden als auch in Bayreuth viele Praktika mitgenommen und dadurch viele praktische Einblicke bekommen in den Berufsalltag eines Gesundheitsökonomen. Ich werde oft gefragt, was macht man als Gesundheitsökonomen? Das sind klassischerweise die Bereiche Krankenhaus, Krankenkasse, Pharmaindustrie oder auch wie jetzt hier gerade das Start-up in Berlin, in dem ich arbeite, nämlich BWW GmbH. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Forschung, also Forschungsinstitute wie das RWI Leibniz-Institut in Essen oder typischerweise auch Beratungsagenturen wie zum Beispiel die Oberänder AG, für die ich auch tätig war. Genau, das sind so berufliche Teile meines Werdegangs in den letzten fünf Jahren. Und ja, privater Natur interessiere ich mich genauso für das Thema Gesundheit. Ich renne dafür und bringe so ein bisschen intrinsische Motivation mit, was auch die Gründung von Hashtag Gesundheit nach sich gezwungen hat. Vor Hashtag Gesundheit kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Da habt ihr eine tolle Initiative gegründet vor, ja, gar nicht so langer Zeit, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Sag nochmal, so zu diesem beruflichen Thema habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, du bist in einem Berliner Start-up. Kannst du da nochmal eben ein bisschen eine Erklärung zu geben? Was macht ihr da, in welchem Bereich Start-up und ja, wie seid ihr tätig? Start-up funktioniert ja heute meistens mit dem Buzzword Digitalisierung. Die meisten Start-ups im Gesundheitswesen sind digital aufgestellt und so ist auch Vivi ein Start-up, das die elektronische Gesundheitsakte entwickelt und die Digitalisierung grundsätzlich vorantreibt. Also wir sind nicht nur Gesundheitsakte, sondern beschreiben uns als offenes Ökosystem. Wir binden unseren Leistungserbringer an oder binden die an uns an, binden Krankenkassen an uns an, sind eben nutzerzentriert entwickelt worden, um dem Versicherten, Patienten oder Bürger, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, einen Mehrwert zu bieten. Zum Beispiel über den Austausch von Daten, seien es Dokumente wie Röntgenbilder, Blutbilder oder andere Informationen mit den medizinischen Akteuren im Gesundheitswesen oder auch ganz einfach über die Krankenkassen, die auch ein Interesse hat, dass ein Bürger sich natürlich gesund erhält. Präventive Maßnahmen kommen ja in der Allgemeinbevölkerung eher zu kurz und über solche digitalen Methoden versucht man das schon auszuweiten. Das macht Vivi in der Nutsche. Ja, auch ein spannendes Thema, weil das natürlich auch den ambulanten Mediziner sehr, sehr stark betrifft und da gibt es ja auch immer wieder, das hatten wir im Vorfeld schon besprochen, ja auch große Verwechslungen einmal zwischen der elektronischen Gesundheitsakte und der Patientenakte, kommt vielleicht im Nachhinein auch mal ein bisschen was zu sagen. Also man merkt ja, das Thema Gesundheit oder das Thema Gesundheitssystem, Gesundheitswirtschaft sieht sich wie ein roter Faden im Moment durch dein ganzes Leben. Da kommt natürlich die Frage auf, was tust du für deine Gesundheit? Ich habe immer mal wieder gesehen, du bist sportlich unterwegs, schaffst du dir einen Ausgleich selbst zu der einen Seite dem Arbeiten und auch dem Ehrenamt beziehungsweise dem Projekt und wie kriegst du es hin? Das ist eine gute Frage. Du sprichst schon das Wichtigste für mich an. Also für mich gibt es drei große Themen beim Thema Gesundheit und Prävention. Das ist einerseits der Sport, andererseits die Ernährung und zum Dritten halt die mentale Gesundheit. Und ich würde sagen, beim Sport bin ich gut aufgestellt. Bei der FD-Ernährung würde ich auch an zweiter Stelle sitzen. Die mentale Gesundheit kommt meistens zu kurz, wenn man so viel arbeitet und mit seinem Privatleben noch ein bisschen im beruflichen Leben drinsteckt. Also die Interessen sich da verbinden. Ich denke, mehr machen kann jeder. Und ich bin da nicht das beste Beispiel für das Leben. Aber grundsätzlich ist ja auch da das Thema mentale Gesundheit, die Erkenntnis schon mal da, dass diese Dinge irgendwie zusammengehören. Ist ja aus meiner Sicht fast ein holistischer Ansatz, zu sagen Ernährung, Bewegung, Psyche. Also diese drei Faktoren kommen zusammen. Und da glaube ich, ist der grundlegende Gedanke, ich meine letztendlich in der Askese zu leben und immer nur auf alles zu achten, macht auch keinen Spaß. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Jetzt hast du ja auf der einen Seite das Thema beruflich, also das, was du beruflich tust mit Vivi. Du hast gesagt, beschäftigt ihr euch im Startup mit der elektronischen Patientenakte, alles, was damit zugehört. Dann habt ihr aber vor, lass mich überlegen, vor anderthalb Jahren, also Anfang 2018, einen Verein gegründet, beziehungsweise habt ihr euch erst mit Studenten zusammengetan und habt unter dem Label Hashtag Gesundheit eine Initiative ins Leben gerufen. Da würde ich gerne mit dir heute ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Was ist Hashtag Gesundheit und welche Initiative steckt dahinter? Hashtag Gesundheit als junge Stimme im Gesundheitswesen, bezeichnen wir uns, ist ein gemeinnütziger Verein in erster Linie, der medial hauptsächlich aktiv ist, zum Beispiel über Online-Medien, Social Media, Blog, Podcast, YouTube und aus reiner Motivation für das Gesundheitswesen heraus entstanden ist. Oft gibt es solche jungen Thinktanks eben von Unternehmen, von Ministerien, Verbänden, wem auch immer, weil Nachwuchstalente natürlich stark gefragt sind. Und ich habe mir dann früher die Frage gestellt, im Masterstudium kam die Frage auf, kann man sowas nicht auch unabhängig machen, also ohne irgendwelche Interessen, die dahinter stecken, seien es finanziell oder anderer Art. Und so ist dann eben die Idee entstanden, einfach mal selbst, ohne Kosten, ohne Mühen, einfach irgendeine Website online zu nehmen. Und so ist das entstanden. Bevor der gemeinnützige Verein entstanden ist, das kam dann eine Weile später, nämlich im April 2018, gab es so im Dezember 2017, Januar 2018, die Vorphase des Vereins, wo noch kein Name bestand, wo einfach nur die Idee bestand, fachübergreifend, nämlich Gesundheitsökonom wie mich, mit Medizinern, Pflegekräften, also typisch auch allen Gesundheitsfachberufen, mit auch Journalisten, Informatikern, Informatikern, Designern, allen, die im Gesundheitswesen auch irgendwie eine Schnittstelle haben, zusammenzubringen. Und das war so die Gründungsidee und die Vision, das unabhängig von allem zu machen und auch übergreifend, nicht nur an dem Standort Bayreuth oder Wiesbaden, sondern in ganz Deutschland. Und die Idee hat wohl geklappt. Also als BWLer würde man sagen, es gab eine Nachfrage und das Angebot hat bisher noch gefehlt. Und ja, genau, das sind wir momentan, vereinen mit 100 Mitgliedern etwa. Okay, also ihr seid innerhalb von einem Jahr, kann man sagen, wir wachsen auf 100 Mitglieder bundesweit. Und was ich super spannend finde, ich habe mir so ein paar Sachen natürlich auf eurer Homepage angeguckt, beziehungsweise auch auf den Social-Media-Kanälen. Auf der einen Seite vereint ihr ja alle oder unterschiedliche Sektoren miteinander. Du hast gerade schon gesagt, es geht um das Thema Pflege, es geht um das Thema Medizin, Gesundheit, aber eben auch um das Thema Ökonomie, ihr habt Betriebswerte dabei, vereint eben diese Dinge. Ist das wichtig für die Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in der Zukunft, dass man sektorenübergreifend miteinander kommuniziert, ein Netzwerk aufbaut? Ist super wichtig. Die Frage stellt sich fast schon gar nicht mehr. Ich hatte anfangs sogar die Idee, wenn man inhaltlich arbeiten möchte, in so einer interdisziplinären Gruppe, Arbeitsgruppen zu bilden, die in die Richtung eben gehen, wie du sagtest, Medizin, Pflege, aber das widerspricht auch diesem Geist. Wenn du dann Untergruppen bildest, in so einer interdisziplinären Gruppe, dann tummeln sich da wieder die Leute mit einem Interesse und da wieder die mit einem Interesse und dann gibt es wieder keinen Austausch, keine Diskussionen. Und wenn man die alle in einen Topf wirft und dann an verschiedenen Projekten interdisziplinär arbeitet, dann wird ein Schuh draus, finde ich. Und das war so der Gedanke daran. Deswegen nicht so stark Sektoren- und Tunnelblick-mäßig denken, sondern eben breit gefächert. Dadurch macht man sich angreifbar, dessen muss man sich bewusst sein. Also ich werde oft gefragt, was wir überhaupt machen. Das sieht natürlich von außen schwammig aus, wenn man so viel macht und keine konkreten Projekte. In anderen Thinktanks ist ja die Zielrichtung klar vorgegeben, okay, wir kümmern uns jetzt um das Krankenhaus. Beispiel auf Twitter, Hashtag oder der Account Twankenhaus oder eben typische Berufsverbände wie der DBFK, die BVMD, die sich klar um ihre beruflichen Interessen kümmern. Was auch nicht schlimm ist, was muss es geben. Aber so ein holistischer Ansatz war eben mein Gedanke. Erlebst du das, wenn du jetzt mit Krankenhäusern zu tun hast heute oder mit Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft, erlebst du schon, dass das gelebt wird heute oder erdeckst du tatsächlich die alten Strukturen, wo der Arzt als Arzt denkt, ich überspitze es jetzt mal so, der Mediziner als Mediziner denkt und der Ökonom als Ökonom und sagen, du kannst das nicht. Also der eine sagt zum anderen, du weißt nicht, was der Patient braucht, du weißt nicht, wie die Gesundheitswirtschaft funktioniert und der Ökonom sagt, du weißt aber nicht, wie man Zahlen liest und deshalb kommen die beiden nicht zusammen. Ich bin ja gar nicht so tief in der Versorgung. Dadurch, dass wir als eigentlich IT-Unternehmen natürlich nicht beim Arzt vor Ort sind und ich als Mitarbeiter auch nicht Akquise vor Ort betreibe, weiß ich nicht, wie es vor Ort aussieht. Ich kann es nur vermuten und ich denke, dass es mit der nächsten Generation, also jüngeren Leuten, besser wird. Ich glaube, dass es nicht in der Versorgung so ist, dass sich Leute gegeneinander aufreiben. Ich glaube, dass es eher der politische Kampfbille von Standesverbänden, dass sie dann ihre Machtposition, ihr größtes Stück verkuchen und dass sie aktuell Besitzung behalten wollen. und das kann nicht aufgerissen oder disruptiv gedacht werden. Dadurch muss eine neue Generation erst anwachsen. Ja, absolut richtig. Ich spreche in dem Zusammenhang immer von dem Thema Medical Business Hacking, weil ich glaube, das ganze System aufzubrechen und zu sagen, wir holen das mal aus diesem Sonnröschenschlaf. Ich habe in einem anderen Buch gelesen, Patienten mutlos, Ärzte mutlos, System mutlos. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass da was Neues kommen muss. Und deshalb finde ich das ganz großartig, was ihr da tut. Ich habe mir noch mal zwei Sätze rausgeschrieben. Da stand auf einer eurer Seite, die Herausforderungen der Zukunft müssen von der jungen Generation gelöst werden. Und eure Aufgabe ist es, Strukturen des Gesundheitssystems ständig zu hinterfragen und neue Lösungen zu suchen. Also ich glaube, das ist ja unglaublich wichtig, dass die Generation, die danach kommt, sich Gedanken macht um die Zukunft und eben es nicht einfach hinnimmt, wie es ist und sagt, wir müssen so weitermachen. Jetzt sagst du, du hast nicht unmittelbar Kontakt zu den Medizinern, zu Praxen, zu Krankenhäusern. Erlebst du denn, wenn ihr jetzt mit jungen Medizinern redet, dass die anders denken als die Generation vorher? Was ist denen wichtig? Die Interessen sind definitiv grundverschieden. Also man merkt das sehr stark, wenn man mit Studenten im Prinzip redet. Also es sind ja noch nicht klinisch oder ambulant tätige Ärzte, sondern eben Leute, die studieren, kurz vor ihrem praktischen Jahr stehen oder im praktischen Jahr sind und die sich jetzt schon Gedanken machen, will ich überhaupt klinisch tätig werden? Will ich überhaupt eine eigene Praxis? Ja. Will ich überhaupt eine Praxis auf dem Land? Und viele, viele, viele Medizinerinnen und Mediziner wollen eben auch gar nicht mehr Arzt werden, sondern suchen den Weg raus, weil sie eben sehen, dass der Versorgungsalltag nicht der ist, den sie sich damals vorgestellt haben, als sie sich fürs Studium beworben haben. Und deswegen finde ich es auch spannend, wenn man sich im Studium schon mit anderen Leuten vernetzt und über den Tellerrand schaut und nicht nur, ich sage mal, im Medizinstudium ist das ja gang und gäbe, dass man nur Sachen auswendig lernt und abhakt und Bücher auswendig lernt. Also da ist gar nicht so sehr die Interaktion mit dem Patienten gefragt oder gesundheitsökonomisches Verständnis oder Verständnis, was der Pflegeberuf überhaupt macht, welche Kompetenzen der hat, welche nicht. Und wenn man sich da fächerübergreifend schon austauscht im Alter von 20 bis 25 Jahren, das ist ja genau das Alter, in dem man studiert, dann finde ich das gewinnbringend und ich hoffe, dass das weiter vorangetrieben wird. Meinst du, dass gerade im Medizinstudium, wenn wir jetzt mal beim Arztberuf bleiben, in der Ausbildung schon Dinge mit eingebunden werden müssen, also zum Thema betriebswirtschaftliche Planung, zum Thema Personalentwicklung, also all diese Themen, meinst du, das würde helfen, den Weg frühzeitig einfacher zu bestimmen oder eine Richtung festzulegen? Gerade bei der Betriebswirtschaft bin ich mir sehr, sehr unsicher, weil grundsätzlich, wenn man als Arzt tätig werden möchte oder Ärztin, dann, ich weiß gar nicht, also als ambulant tätiger Arzt, Ärztin, ist es sicherlich wichtig, betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu haben, aber die höchste Priorität sollte eigentlich die Versorgung haben, also die Interaktion, wie gesagt, Psychologie vielleicht, mehr mit reinnehmen in den Alltag des Studiums, aber vielleicht sollte man da das Sprichwort walten lassen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, der Arzt macht seine Sache gut und vielleicht braucht es dann eben andere Berufsbilder, die ihm bei diesen Sachen helfen und da sehe ich sehr stark die aktuellen Berufsbilder auch in der Pflicht, natürlich können die das nicht selbst machen, aber medizinisch Schwachangestellte sind so eine klassische Berufsgruppe, die aus der Diskussion, politischen Diskussion völlig ausgelassen wird, wenn es um Patientenakte, Gesundheitsakte geht, weil die kümmern sich um das Terminmanagement, die kümmern sich um Dokumentenmanagement, um den Kontakt mit Patienten, wenn sie in die Praxis kommen und natürlich haben die kein hohes betriebswirtschaftliches Verständnis, sollten sie auch nicht, nach einer Ausbildung kann man das nicht so umfassend haben, aber sie könnten den Arzt, glaube ich, entlasten und dadurch für eine bessere Versorgung zu einer besseren Versorgung. Ja, bin ich total bei dir, finde ich einen sehr schönen Ansatz, gerade genau zu diesem Thema, die Einbeziehung von Berufen, die den Arzt eben in dieser Verwaltung oder in dieser Tätigkeit entlasten können. Also es geht auch immer nur darum, dass es ein gewisses Grundverständnis gibt für einige Dinge, dass es dann vereinfacht. Ich sage mal, der Arzt als sogenannter Basisökonom, wo ich weiß, okay, der hat schon mal ein paar grundlegende Dinge mitbekommen und sieht nicht, sagen wir mal das Thema BWA oder Gewinnermittlung, sieht das nicht zum ersten Mal, wenn er ein Jahr in der Praxis ist und der Steuerberater ihm das erklären muss. Natürlich muss er nicht tief in diese Prozesse rein. Ich will aber gerne noch mal diesen Ansatz aufnehmen der medizinischen Hilfsberufe. Zum Beispiel die Entlastung von Aufgaben, Feldern im ambulanten Bereich, im stationären Bereich ganz genauso. Zum Beispiel das Thema, es gibt ja diesen Physical Assistance, also diese Berufsgruppe, die ja bei den Ärzten nicht unbedingt gern gesehen ist, weil sie sagen, Mensch, die nehmen teilweise den Ärzten Arbeit weg beziehungsweise die gehen zumindest kritisch damit um. Aber können diese Berufe nicht gerade dazu beitragen, dass die jungen Mediziner wieder mehr Lust auf das Thema eigene Verantwortung, zum Beispiel eigene Praxis haben? Du hast gerade gesagt, Mensch, die wollen vielleicht gar nicht in den Beruf, weil sie A, nicht wissen, was sie da machen können und B, weil sie Sorge haben, kann ich das leisten? Helfen diese anderen oder helfen diese hilfsnahen Berufe aus, um da vielleicht ein Stück weiter zu kommen? Ich glaube, im Studium denkt man noch gar nicht daran, was man in der Praxis später für Berufsbilder noch neben sich arbeiten hat. Ich glaube, im Studium denkt man noch, okay, ich habe da eine Praxis mit zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die mich da unterstützen. Ob das jetzt, welche Kompetenzen die haben, ich glaube, da denkt man im Studium noch gar nicht so stark dran. Also vielleicht sollte dieses Denken auch gefördert werden im Studium. Auf welche Aktion, auf welche Tätigkeiten fokussiert sich meine Tätigkeit in der Praxis oder in der Klinik und welche kann ich abgeben und sollte ich auch abgeben, weil es zu viel Zeit kostet, ineffizient ist und vielleicht gar nicht so wichtig ist für die Patientenversorgung, dass jetzt der Arzt selbst das Blut abnimmt oder irgendwelche Gesundheitspatientenakten hin und her schiebt. Jetzt seid ihr mit Hashtag Gesundheit bundesweit unterwegs. Wenn ich mir das mal angucke, die Organisationsstruktur, das ist ja wirklich schon sehr professionell. Ihr trefft euch mit, seid auf den großen Veranstaltungen präsent, ihr bemüht euch auf den Veranstaltungen auch immer mit den Entscheidern in Verbindung zu treten beziehungsweise ihr geht aktiv auf die zu. Wenn ich jetzt mal so nach der, man könnte ja mal fragen, warum machen sie das? Das müssen sie doch nicht. Wir haben ihren Job, jeder macht sein Ding. Letztendlich hast du aber gesagt, das trägt ja dazu bei, dass sich da auch was verändert in dem Mindset, nicht nur von den jungen Kollegen, sondern eben auch von denen, die jetzt schon in vermeintlichen Führungspositionen sind. Nehmen wir mal Chefärzte, nehmen wir mal den Kontakt zum Bundesgesundheitsministerium. Ich habe in einem Interview gesehen, ihr seid aktiv auf Jens Spahn zugegangen, habt versucht, den zumindest zu einem Kommentar zu bewegen. Wie kommt ihr an die Leute ran und wo ist so ein bisschen der Hintergrund für diese wirklichen, ja, großen Aktionismus, der dahinter steht? Also das Interview, das Statement von Jens Spahn hat tatsächlich geklemmt. War ein bisschen erzwungen, aber ich fange mal an, woher das kommt. Das ist eigentlich immer alles auf intrinsische Motivationen zurückzuführen. Wir stecken da alle so viel Zeit rein, das ist nicht mit Geld zu bezahlen und auch nicht mit irgendeinem anderen Aufwand zu rechtfertigen. Also man muss da schon in seinem anderen, mit seinen anderen Prioritäten ein bisschen zurückschrauben. Bei mir ist das dann zum Beispiel hier der Nebenjob, die Masterarbeit oder das Studium, das ein bisschen schleift und das dann halt mal ein halbes Jahr, Jahr länger dauert. Zum Abschluss. Aber man setzt sich halt für was Gutes ein. Also ich greife jetzt mal ein bisschen höher. Man sieht das, wenn man auf Fridays for Future guckt, auch bei Greta Thunberg, die ein Jahr Schulauszeit sich nimmt oder bei diesem Rezo-Video, was für eine riesige Social-Media-Welle solche Themen haben können. Das ist dann natürlich gesellschaftspolitisch viel interessanter noch. Klima, meine ich jetzt, bei Rezo. Bei dieser Riesendebatte mit der CDU auch noch sehr politisch aufgeladen. An sowas könnte man sich schon im Gesundheitswesen orientieren. Also es gibt auch große Themen wie die Organspende, das Thema Impfen oder das Thema Homöopathie, die ein großes mediales Potenzial haben und sehr fächerübergreifend gedacht werden sollten von allen gesellschaftspolitischen Schichten. Und die Motivation kommt eben aus dem Interesse für genau diese Themen, die ich gerade genannt habe und auch viele mehr. Sei es jetzt Digitalisierung, sei es die Medizin an sich, die Berufsbilder oder sonstige andere Themen. Und es ist eben immer das Interesse des Mitglieds an sich und nicht das Interesse des Unternehmens, in dem die Mitglieder arbeiten. Also ich interessiere mich per se für die Digitalisierung und für Technologie und für Apps und werde nicht gezwungen von Vivi jetzt einen Verein zu gründen. Ich habe das halt schon vorher gemacht. Mitglieder, die bei uns Interesse zeigen, die melden sich, also wir gehen nicht aktiv auf Leute zu, sondern die sehen uns halt und sagen, ey, ich bin interessiert, ich habe Lust, was zu verändern und ich glaube, die Veränderung kann man im Team besser erreichen. Mit dieser Ansage erhalten wir die meisten Mitgliederanfragen und das stimmt, finde ich auch. Also zusammen erreicht man eben mehr, auch wenn dann vielleicht in so einem gemeinnützigen Vereinskonstrukt Entscheidungswege länger werden und es wird alles ein bisschen komplizierter, man braucht eine Organisationsstruktur. Es ist dennoch so, dass man im Team arbeitet und nicht als Einzelkämpfer. Und das ist ganz charmant und sorgt dann in der Folge auch für Anfragen von eben den Personen, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, die Veranstalter oder Leute, die Interesse an der Zusammenarbeit, Kooperation haben, seien es Agenturen, Krankenhäuser, Krankenkassen oder in der Pharma-Branche. Aber das ist ja deshalb hochspannend, weil ihr ja damit eine Sogwirkung erzeugt. Das ist ja, also ihr paart ja auf der einen Seite nur die Leute oder ihr nehmt nur die Leute mit ins Boot, die wirklich das in gleiche Art und Weise denken, das gleiche Wollen wie ihr. Auf der anderen Seite heißt es auch, die Leute, die sich engagieren wollen oder die dabei sind, die sind hoch engagiert und man weiß, man kann super mit denen zusammenarbeiten. Also da trifft sich ja ein Kreis von Gleichgesinnten in eine Richtung. Ist das das, was man heute damit beschreibt, gibt diesen schönen Satz, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Also der tatsächliche Sinn, das übergeordnete Ziel, das große Warum, also die Veränderung, dass alle etwas an diesem System verändern wollen und aber auch mit dabei sein wollen. ist das der Grund? Der Grund für die einzelnen Mitglieder zum Beispiel? Kann das Ganze so sein? Ich denke schon. Also ich habe jetzt noch keine umfassende Umfrage im Falle gemacht, wer aus welchem Grund beigetreten ist. Es gibt sicherlich auch andere Gründe beizutreten. Ein Ehrenamt ist ja klassischerweise auch dazu da, um sich selbst weiterzuentwickeln, um vielleicht sich auch was auf die Fahne schreiben zu können im Lebenslauf oder sich generell weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, hinter dieser Weiterentwicklung steht dann immer dieser übergeordnete Sinn. Also Sinnstifte, Tätigkeiten zu vollziehen sind im Ehrenamt ja stehen an oberster Stelle. Aber das ist ja etwas, was im Grunde gegenläufig ist zu vielen anderen Trends, die man heute in der Gesellschaft sieht. Also zu sagen, gerade das Thema Ehrenamt, nehmen wir mal Sportvereine, die suchen alle die Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Da wird gesagt, mach das doch. Aber letztendlich, was meine ich so damit, diese Sogwirkung zu erzielen? Es gibt ja, das ist eine Riesenaufgabe, bis man da ist und dass Leute auf einen zukommen und sagen, ich möchte vielleicht noch mal auf das Buchprojekt zu sprechen kommen, wo ihr ja beteiligt seid, zum großen Partner und beteiligt seid. Also da ist ja was entstanden, wo viele sagen, das ist so interessant, das wollen wir fördern und unterstützen. Also entweder mit eigener Zeit im Ehrenamt und das ist wirklich, finde ich zumindest, in der Generation auch nicht typisch. Also dass immer alle sagen, ja wir wollen das, wir wollen uns engagieren, wir opfern unsere Zeit, wir geben vielleicht auch Geld dafür aus, irgendwo hinzufahren, denn der Verein lebt ja von der Gemeinnützigkeit, also ihr werdet ja nicht Gelder ausschütten, damit die immer irgendwo hinfährten. Das ist schon besonders und dazu gehört eben auch eine ganze Menge. Ihr habt ein Buch mit veröffentlicht oder mit herausgegeben beziehungsweise ihr seid daran beteiligt. Sagt doch noch mal zwei, drei Sätze zu diesem Buch, das heißt Generation Hashtag und wird irgendwann Mitte diesen Jahres erscheinen. Ist das richtig? Genau, Generation Hashtag erscheint voraussichtlich im September diesen Jahres, möglicherweise auch Ende September passend zur Expomet, wo wir das Buch auch vorstellen werden in Berlin. Ist herausgegeben von Tanja Heiß, Martin Kamphausen und Jochen Werner aus dem Universitätsklinikum Essen und erscheint in der medizinisch-wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft. Hintergrund ist der gewesen, dass wir eben letztes Jahr nachdem wir schon überlegt hatten, was machen wir, was publizieren wir denn selbst? Wir publizieren hauptsächlich Online-Blog, Texte, Positionen und kurze Social-Media-Texte. Wie kann man das mal bündeln? Und ein 200, 300 Seiten Buch über sich selbst zu schreiben ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil es keinen wirklichen Inhalt hat und niemandem einen Mehrwert bietet. Und deswegen sind wir dann unter anderem von diesem Verlag angesprochen worden und haben auch gesagt, wir wollen irgendeinen Mehrwert bieten. Irgendwas aus der jungen Perspektive schreiben, wie wir das Gesundheitswesen verbessern möchten und das Buch beschreibt eben die Perspektive Generation Hashtag, nämlich die Perspektive junger Menschen der Generation XYZ auf das Gesundheitswesen, beispielsweise zum Thema New Work, beispielsweise zum Thema digitale Kommunikation, beispielsweise zum Thema Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. und ich finde, es bietet Mehrwert vor allen Dingen für Entscheider aus dem Krankenhaus, die sehr, sehr, sehr viele junge Leute auch bei sich im Betrieb arbeiten haben, aber diese Sichtweise bündelt das alles nochmal dadurch, dass wir eine Umfrage gemacht haben über 200 junge Menschen und ja, einfach Meinungen und Erfahrungen abgefragt haben und das ist ein bisschen unabhängiger vielleicht, als wenn das ein Unternehmer selbst fragt, seine Mitarbeiter. Ja, ich finde aber auch vor allen Dingen interessant, wenn man sich dieses Thema Management-Wandel im Gesundheitswesen mal anschaut, die Fragen, die da beantwortet werden oder die da gestellt worden sind, also welcher Anspruch haben junge Menschen an die Arbeitswelt von morgen, womit motiviere ich junge Talente zur Höchstleistung, das ist ja genau das, was ihr jetzt schon in der Vereinsarbeit tut, also deshalb finde ich, ist die Übertragung letztendlich auf das normale Arbeitsleben ja absolut da und absolut gegeben, also das war diese Frage mit der Sogwirkung, die ich da meine. Also wir machen sowieso alle Verlinkungen zu euch, also wer mit euch in Kontakt treten will, in die Shownotes, sodass man unmittelbar vielleicht auch mal einen Mitgliedsantrag ausfüllen kann, wenn man das gerne möchte, wenn man einfach Teil der ganzen Sache sein möchte beziehungsweise einfach mal Fragen stellen kann und ihr sucht ja auch Kooperationspartner, habe ich gesehen, aber die auch ausgewählt, mit dem, wenn ihr da zusammenarbeitet, also wir werden, wie gesagt, diese ganzen Verlinkungen zu euch, also ihr seid ja ein großes Team, du stehst, das sagst du auch immer ganz bewusst, ja letztendlich nur als Teil des Teams jetzt hier mit mir in dem Interview vor der Kamera, sondern da gibt es ja ganz viele andere Menschen, die da auch noch mit beteiligt sind und deshalb, wenn man sich an euch wenden will, dann über die Verlinkung, die wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Dieses ganze Thema Gesundheit, Gesundheitsentwicklung, was meinst du, wohin geht das in der Zukunft, wo gibt es noch mal eine richtig große Veränderung, kannst du das sagen? Die eine große Veränderung haben wir schon angesprochen, die wird aber nicht so disruptiv sein, dass wir das sofort merken, das sind eben die Berufsbilder. Das merke ich halt sehr stark täglich im Unternehmen, dass ein Arzt, seine Ärztin sich in Zukunft nicht mehr so stark um Verwaltung kümmern wird, auch wenn daran noch häufig noch festgehalten wird an den eigenen Kompetenzen, aber es werden eben zunehmend andere Mitarbeiterinnen, andere Mitarbeiter für sie erledigen oder eben auch Dienstleister wie heutzutage, digitale Start-ups, die die Arbeit von medizinischen Berufen entlasten, sei es im ambulanten oder im stationären Bereich. Das ist so eine riesige Veränderung, die ich sehe, weil alles, was so in unserem täglichen Leben per App passiert, das ist meistens vernachlässigbar, aber was so in die medizinische Versorgung eingreift, in das Arbeitsleben von vielen, vielen Menschen, das ist sehr invasiv, das sehe ich so als größte Veränderung. Welche Bedeutung hat für dich digitale Apps, also alles das, was damit zu tun hat, hat das was mit Arbeitserleichterung zu tun oder bringt das zunächst mal aus deiner Sicht mehr Probleme mit sich? Du redest jetzt wahrscheinlich nicht von Apps im privaten Bereich, bei Arbeitserleichterung geht es ja vor allen Dingen darum, die beruflichen Kontexte, genau, Messenger Services und so weiter, da gibt es ja auch ein paar, die jetzt schon eingesetzt werden. Ja, also ich fange mal mit einer negativen Seite an, die man ja oft aus den USA hört, weil da die Messenger und die Patientenakte eben schon länger verfügbar ist und dort die erste, eine prozentual höhere Burnout-Rate vorweisen und eine höhere Arbeitsbelastung bekommen. Das ist so ein bisschen was, was mir Angst macht auf der Seite der Digitalisierung, wo wir hier in Deutschland immer davon reden oder jetzt zunehmend davon reden, weniger auf die Risiken gucken und wie wir mal unsere Chancen sehen und weiterentwickeln. Ich denke schon, dass es eine Chance sein kann zur Arbeitserleichterung, aber manchmal ist diese German Angst, die wir haben, auch schon berechtigt, dass wir das ein bisschen langsamer und strukturierter angehen und jetzt nicht einfach eine Patientenakte ins Krankenhaus werfen oder einen Messenger-Dienst und sagt, benutzt das mal. Dann muss auch erst geschult werden, entweder im Arbeitsalltag oder im Studium besser noch und dann ist die Chance, glaube ich, schon riesig für Arbeitsentlastung und Verbesserung des Arbeitsalltags, was dann hoffentlich zu einer Verbesserung der Versorgung führt. Das wäre das primäre Ziel. Ja, das wäre absolut das primäre Ziel. Ich glaube, da liegt uns allen am meisten dran, dass es langfristig zu einer guten und gesicherten Patientenversorgung kommt. Ich bin ja sehr für den Multiple Care, also für Zusammenführung von den Sektoren oder damit eben die Struktur der Patientenversorgung gewährleistet wird. Also das ist aus meiner Sicht sowieso alles, gerade im ambulanten Sektor und dann übergreifend eben auch auf den stationären Sektor, viel zu kompliziert. Aber der Grund dafür, der liegt eher noch ganz woanders. Ja, wir sind ungefähr schon 30, 35 Minuten dabei. Ich habe zum Schluss immer noch eine schöne kurze Frage, kurze Antwortrunde, die ich gerne auch mit dir machen würde. Ich lege einfach mal los. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht die nächsten 5 bis 10 Jahre? In die Richtung Digitalisierung. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Haben wir vielleicht schon ein bisschen drüber gesprochen? Ein sehr persönliches und oft auch intimes Thema, dass Menschen oft ausblenden, weil es nicht alltäglich ist, aber dann trifft es einen und dann wird es wichtig auf einmal. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer Unternehmerin haben? Empathie. Kommt ganz selten an dieser Stelle, aber du hast absolut recht. Ich glaube, mit diesem schönen Begriff IQ plus EQ gleich Erfolg, also dass der emotionale Quotient auch immer mit dabei ist. Gibt es ein Buch oder ein Film, das dich in der letzten Zeit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst? Ich lese, habe angefangen ein Buch zu lesen, das kann ich jetzt schon weiter empfehlen. Ich muss gerade überlegen, wie es heißt, ich stehe auf den Schlauch. The Patient Will See You Now von Erik Topol. Mir wurde das in Polen von Daniel Natrat, der AIDA gegründet hat und allein der Titel sagt ja schon sehr, sehr, sehr viel aus. Nicht der Doktor Will See You Now, sondern The Patient und dazu gibt es auch ein lustiges Video, wenn man sich den TEDx Talk, ist jetzt kein Film, aber wenn man sich den 20-minütigen TEDx Talk von Erik Topol mal ansieht, dann denkt man schon mal anders über das Thema Gesundheit, Ärzte, Verfügbarkeit von ärztlichen Ressourcen. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Vielleicht auch eine Ausrichtung für eine Fox-Faktor in der Zukunft, wenn ich mit Patienten umgehen will, dass ich mich am Patienten orientiere, also wenn das in diese Richtung geht. und die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns als Interviewgast für diesen Podcast hier empfehlen könntest? Gerne aus dem Bereich der Medizin oder dem Umfeld der Medizin. Ich habe jetzt im Pool an ungefähr 100 Leuten aus dem Ernst-Gesundheit-Umfeld, die ich dir empfehle. Ja, 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 sehr gern. Sonst können wir das einfach auch im Nachhinein machen, auch kein Problem. Ja, das machen wir im Nachhinein. Ja, alles klar. Okay, Timo, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute. Ich weiß, du bist gerade aus dem Urlaub wieder da, heute erster Arbeitszeit, hast du gerade gesagt, geht jetzt gleich wieder los. Vielen Dank für deine Zeit, für alle, die, die zugehört haben, zugeschaut haben. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wie immer, denken Sie daran, bewerten Sie den Podcast bei iTunes, YouTube oder wo auch immer Sie ihn hören. Freut uns immer, wenn wir eine Bewertung bekommen, ist ganz wichtig, damit wir das weiterentwickeln können. Bleiben Sie unternehmerisch und wie immer hat mein Interviewgast das letzte Wort. Oliver, ich danke dir für die Möglichkeit, mich, Hashtag Gesundheit, vielleicht ein bisschen auch Vivi vorzustellen im Business Podcast. Hoffe, dass das den Hörern auch gefallen hat und freue mich auf weitere Folgen des Podcasts. Alles klar. Ich danke dir. Schöne Woche. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.